Was hast du dir denn für Gedanken gemacht? Also wie sind deine Vorstellungen für das Make-up? Eigentlich schminke ich mich ja nicht so viel, aber wenn du mich schon mal schminkst, ich würde gerne dasselbe Make-up haben wie du. Also das Make-up, was ich gerade trage, das ist wohl echt sehr stark. Also ich kann dir das auch gerne so ein bisschen abschwächen, weil das ist schon echt ein stärkeres Make-up. Nein, ich möchte echt genauso stark geschminkt sein wie du. Also ich weiß, ich schmink mich normalerweise nicht stark, aber an dem Tag möchte ich einmal so ein schönes Make-up haben, weil ich kann das ja nicht und ich werde mich auf jeden Fall mega wohlfühlen. Ich freue mich schon total. Okay, kein Problem. Ich fange mal an. Oh mein Gott, ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Das ist zwar mega schön, aber ich glaube, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Habe ich mir schon gedacht, aber dafür ist der Probetermin da und ich mache dir jetzt noch ein ganz natürliches Make-up, was ich denke, was dir gut gefallen wird. Okay, danke, ich vertraue dir. Mach einfach.